Nora Roberts, Gezeiten der Liebe, aus dem Amerikanischen von Brigitta Merschmann, gelesen von Sascha Rotermund. Die Hochzeit war wunderschön, fuhr sie fort, als sie in einer Schüssel das Dressing für den Salat anrührte. Eine Hochzeit im eigenen Garten, dachte Grace überwältigt, schlicht und doch feierlich, unerhört romantisch, einfach vollkommen. Sie sahen aus wie Filmstars, der reine Hollywood-Glamour. Verträumt lächelnd gab sie den Salat in die Schüssel. Als du mit Philipp den Walzer angestimmt hast, den ersten Tanz, sowas Romantisches habe ich noch nie erlebt. Sie seufzte erneut, dann zog sie die Salatschüssel zu sich heran. Und jetzt sind sie in Rom. Ich kann es mir kaum vorstellen. Gestern Morgen haben sie angerufen, kurz bevor ich aus dem Haus ging. Sie sind im siebten Himmel. Sie lachte, ein leises, perlendes Lachen, das über seine Haut zu streicheln schien. Flitterwochen in Rom. Wem würde es da nicht so gehen? Versonnen schöpfte sie die Kartoffelstäbchen aus der Pfanne und schrie plötzlich unterdrückt auf, als Öl auf ihre Hand spritzte. Mist! Noch ehe sie die Finger zum Mund führen konnte, um den Schmerz zu lindern, war Ethan zur Stelle. Hast du dir was getan? Als er ihre stark geröteten Finger sah, nahm er sie bei der Hand und zog sie mit sich zum Spülbecken. Am besten hältst du sie unter eiskaltes Wasser. Es ist nichts, bloß eine kleine Brandblase. Das passiert mir ständig. Dann solltest du besser aufpassen. Stirnrunzelnd hielt er ihre Hand in den Wasserstrahl, um die Rötung zu kühlen. Tut's weh? Nein. Sie spürte nichts anderes als seine Berührung und ihren wilden Herzschlag. Aber sie durfte sich nicht lächerlich machen, indem sie sich den Gefühlen überließ, die er in ihr wach rief. Schnell versuchte sie, sich von ihm loszumachen. Es ist nichts, Ethan. Lass es gut sein. Wir brauchen Brandsalbe. Er richtete sich auf, um im Schrank danach zu suchen. Ihre Blicke begegneten sich. Ein Moment lang standen sie nur da und hielten sich unter dem kalten Wasserstrahl an den Händen. Du musst besser auf dich aufpassen. Seine Stimme klang rau, weil seine Kehle plötzlich wie ausgedörrt war. Der zarte Limonenduft von Grace hüllte ihn ein. Ist doch halb so wild. Sie verging vor Sehnsucht, hin- und hergerissen zwischen überschäumender Freude und Abgrund tiefer Verzweiflung. Er hielt ihre Hand so vorsichtig, als wäre sie aus Glas, und zugleich sah er sie vorwurfsvoll an, als sei sie nicht minder leichtsinnig als ihre zweijährige Tochter. Die Pommes werden zu braun, Ethan. Oh, natürlich. Entschuldige. Verlegen trat er zurück und kramte wieder nach der Salbe. Einen Wimpernschlag lang hatte er sich gefragt, ob ihr Mund sich wohl so weich anfühlte, wie er vermutete. Einen Wimpern